Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie sich heute schon gefragt, wie geht's mir eigentlich? Was macht mich vielleicht nicht glücklich, aber immerhin zufrieden? Mit anderen Worten, was brauche ich, um happy zu sein? Bei uns zu Gast ist heute der Soziologe Martin Schröder. Er ist einer der renommiertesten Zufriedenheitsforscher und hat jede Menge überraschende Erkenntnisse und Antworten. Professor Martin Schröder, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Frau Schneider, ich freue mich. Auf einer Zufriedenheitsskala von 1 bis 10, wo würden Sie sich gerade einordnen? Früher hätte ich fast eher so eine 7 gehabt. Jetzt tendiere ich oft so auch mal in Richtung 8. Was fehlt zur 10? Ich weiß gar nicht, ob 10, natürlich ist es sehr strebenswert, weil wir wollen ja alle immer total zufrieden sein. Aber nicht einfach immer 10 zu haben, ist ja gar nicht so schlecht. Weil wenn Sie morgens aufwachen würden und sagen würden, I'm done, alles ist gut, hätten Sie ja gar keinen Grund mehr aufzustehen. Also eine gewisse Unzufriedenheit motiviert uns ja auch, was zu tun. Und da sind wir auch schon mal bei einem Punkt zu sagen, ich muss immer die 10 haben oder ich will immer die 10 haben. Das geht gar nicht. Weil so motiviert uns auch Glück nicht. Sondern wir wollen was erreichen, dann sind wir mal kurz ein bisschen höher sozusagen. Und dann flacht das aber auch wieder auf den normalen Zustand meistens ab. Das heißt, man muss gar nicht unzufrieden damit sein, dass man unzufrieden ist, sondern es hilft, um mich so ein bisschen überhaupt in die Puschen zu kriegen. Genau. Also sagen wir mal, typischerweise wird das auf einer 10er-Skala gemessen. Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrem Leben auf einer Skala von 0 bis 10? Gut, und wenn da jetzt Ihr Baselevel, Ihr Basisniveau eine 3 ist, dann sind Sie ja schon nicht so zufrieden. Aber den meisten Menschen geht es ganz gut. Also die durchschnittliche Lebenszufriedenheit auf dieser 10er-Skala ist zum Beispiel 7,4. Also und die Hälfte der Menschen geben sich sogar eine 8, 9 oder 10. Und nur jeder Sechste ist überhaupt zwischen 0 und 5. Also den meisten Deutschen geht es vielleicht ja erstaunlicherweise eigentlich ganz gut. Das heißt aber doch nicht, dass Sie wirklich glücklich sind. Glück und Zufriedenheit ist nicht ganz dasselbe. Also Glück ist emotionaler. Zufriedenheit bedeutet, wie Sie es auch gerade schon gesagt haben, was wäre perfekt und dann mache ich die Abstriche und was übrig bleibt, ist Ihre reale Zufriedenheit. Darum ist aber auch Zufriedenheit ein besseres Ziel zu verfolgen als Glück. Also Glück ist mehr so, Sie finden 10 Euro, dann sind Sie mal kurz glücklich. Dann treten Sie aber in eine Pfütze, dann sind Sie nicht mehr so glücklich. Zufriedenheit bedeutet eher, ist alles in allem mein Leben so, wie ich mir das vorstelle. Und das ist ein vernünftigeres Ziel zu verfolgen als, ich muss hier immer so ein positives Wirbeln im Bauch haben, das vielleicht dann eher das Glück ist sozusagen. Über Ihre Erkenntnisse haben Sie vor zwei Jahren das Wissenschaftsbuch des Jahres geschrieben, Glückwunsch dafür nochmal. Und auch in Ihrem aktuellen Buch geht es um die Zufriedenheit, speziell um die Zufriedenheit der Frau. Und wir reden darüber. Wann sind wir zufrieden? Martin Schröder ist der Zufriedenheitsforscher in Deutschland und Laura Körner macht Lust auf mehr. Harmonie, Glück und Lebensfreude. Was macht ein zufriedenes Leben aus? Für den Soziologen Martin Schröder eine bücherfüllende Frage. Wenn Sie sich Zehntausende von Deutschen über 35 Jahre angucken, dann sind die Menschen im Schnitt nicht zufriedener, nachdem sie Kinder haben und auch nicht zufriedener als Menschen, die keine Kinder haben. Grundlage für seine Forschung? Umfragen, Statistiken, eine riesige Datenmenge und einmalig in der Welt. Aktuell hat er die Zufriedenheit von Frauen ins Visier genommen. Familie, Freizeit, Beruf. Das Ergebnis? Durchaus überraschend. Daten zeigen, dass Frauen dann unzufrieden sind, wenn der Mann die gesamte Hausarbeit macht. Wie jetzt. Das klingt aber ganz schön altmodisch. Da werde ich eben ganz oft missverstanden, als ob ich unbedingt sozusagen zurück zu den 50ern oder irgendwie sowas will. Will er doch gar nicht. Aber die Ergebnisse seiner Studie sorgen für Gesprächsstoff. Professor Martin Schröder. Über die Ergebnisse sprechen wir natürlich. Aber erst mal wollen wir ein bisschen was zur Untersuchungsmethode hören, damit wir verstehen, was genau Sie überhaupt untersucht haben. Wie können wir uns diese Untersuchung, die ja wahnsinnig viele Daten tatsächlich untersucht hat, vorstellen? Genau. Wir haben in Deutschland zwei ganz tolle Umfragen. Das eine ist Söp und das andere ist Perfam. Und das Tolle ist, da werden jedes Jahr Zehntausende von Menschen befragt. Und es werden dieselben Menschen immer wieder befragt. Ich kann also zwei Sachen ausrechnen. Und die wurden auch gefragt, wie zufrieden sind Sie alles in allem mit Ihrem Leben auf einer Skala von 0 bis 10. Und dann gab es in den 90er Jahren so eine Diskussion, was sagt das aus? Aber eigentlich sind sich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, die Menschen können ihre Zufriedenheit auch ganz gut einschätzen. Und dann kann ich zwei Sachen ausrechnen. Wer ist zufriedener als wer anders? Und weil dieselben Leute immer wieder befragt werden, kann ich mit Fixed-Effects-Regressionen, hört sich an wie eine Krankheit, bedeutet aber, ich kann damit auch ausrechnen, ist dieselbe Person zufriedener, wenn ihr irgendwas Bestimmtes passiert ist? Oder unzufriedener, wenn ihr was Bestimmtes passiert ist? Und das ist eigentlich die Datengrundlage. Und da haben Sie Männer, Frauen, alle Altersgruppen, alle Milieus untersucht? Genau, es geht um einen repräsentativen Querschnitt aller Deutschen mit ungefähr 80.000 Menschen, die seit 36 Jahren befragt wurden. Das sind so ungefähr 800.000 Befragungen, die gemacht wurden. Was für Fragen sind das? Geben Sie uns mal ein Beispiel. Sie wissen fast alles über diese Menschen. Sie wissen, wie zufrieden die sind, Männer, Frauen. Und dann werden denen 100, 200 Meinungsfragen gestellt. Sie wissen sogar, welche Griffstärke die haben, also wie stark die sind oder so. Weil diese großartige Umfrage, Söp, eben alles Mögliche fragt. Und die Perfam-Umfrage, die fragt dann besonders noch nach Partnerschaftsfragen. Wer macht die Hausarbeit? Wie gut geht es Ihnen damit? Jetzt ist aber, wenn Sie mich fragen nach meiner Zufriedenheit, vielleicht meine sieben eine ganz andere als Ihre. Vielleicht ist meine sieben bei Ihnen eine gefühlte fünf. Genau, das war auch die große Diskussion Ende der 90er Jahre in der Forschung. Also was sagt uns das eigentlich? Die Sache ist aber, dass diese Zahlen mit ganz viel einhergehen. Zum Beispiel, wie oft lächelt jemand pro Tag? Wenn die Zahlen wirklich niedrig sind, geht sogar damit einher, bringen sich Leute um. Wie Sie sich einschätzen, geht ganz stark damit einher, wie andere Sie einschätzen. So, das heißt, die wirkliche Zufriedenheit ist immer die Frage, klar, wie kommt man da hin? Aber das geht schon mit ziemlich viel einher, was wir auch für Zufriedenheit, Glück klassischerweise halten würden. Können Sie aufgrund dieser Ergebnisse jetzt sagen, Zufriedenheitspyramide, was ist ganz oben, was brauchen wir unbedingt, damit wir zufrieden sind und was vielleicht weniger? Genau, also Geld ist zum Beispiel ziemlich wichtig, solange Sie wenig haben. Und die Grenze ist so zwischen 2.000 und 3.000 Euro netto. Und als Familie brauchen Sie natürlich ein bisschen mehr als alleine. Und dann können wir jetzt die einzelnen Punkte mal durchgehen, sozusagen, was wichtig ist. Also Geld steht schon ziemlich weit oben. Wenn Sie es nicht haben, ob Sie jetzt 5.000 oder 6.000 Euro netto haben, das macht keinen großen Unterschied für Ihre Zufriedenheit. Aber ob Sie 1.500 oder 500 haben, das hat einen sehr großen Einfluss. Ich hätte gedacht, Gesundheit steht über allem. Genau, Gesundheit, das haben Sie jetzt genau richtig geraten oder Sie wussten es, das weiß ich nicht. Nee, Sie sind geraten. Ist tatsächlich der gigantischste Effekt von allen im Buch. Jemand, der sich schon immer für ungesund gehalten hat, ist auf dieser Zehner-Skala 4 Punkte unzufriedener. Und 4 Punkte von 10, das hört sich jetzt nicht so viel an, aber das macht den Unterschied aus zwischen jemandem in den Top 10% und in den aller, allerunzufriedensten, ich glaube 10%. Gesundheit ist das Allerwichtigste von allen Faktoren, die es überhaupt gibt. Familie? Witzigerweise, es kam ja gerade schon mal vor, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Kinder haben und zufriedener sein, auch nicht unzufriedener sein. Aber Eltern sind weder zufriedener oder unzufriedener als vergleichbare andere Menschen ohne Kinder. Und sie sind auch nicht zufriedener oder unzufriedener, als sie selber vorher waren, als sie noch keine Kinder hatten. Es gibt also, und das ist ein ganz großes Rätsel in der Zufriedenheitsforschung, keinen Effekt. Ein bisschen zugespitzt, es ist eigentlich egal, ob sie Kinder kriegen, für ihre Zufriedenheit. Vielleicht fühlen sie sich ja aber erfüllter. Dabei sagen natürlich oft Eltern ihr größtes Glück. Und wenn man so Fragebogen liest, auch bei uns bei Prominenten, was war das schönste Erlebnis in ihrem Leben? Die Geburt meiner Kinder. Genau. Wahrscheinlich, weil viele sagen, das größte Glück und mein größter Stress, was dann möglicherweise einfach zwei Faktoren sind, die sich so ein bisschen auscanceln. Also Eltern empfinden mehr Sinn in ihrem Leben und haben aber natürlich viel mehr Stress, weniger Zeit, weniger Schlaf, weniger Geld und all das ist negativ. Und am Ende scheint erstaunlicherweise eine große Nullfall rauszukommen. Weil Sie gerade schon sagen, Schlaf, wie wichtig ist guter Schlaf? Ja, ist auch gigantisch. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich brauche wenig Schlaf. Aber der Unterschied zwischen also sieben Stunden statt acht Stunden Schlaf geht auch noch. Sechs, okay, und dann geht es aber wirklich rapide abwärts. Also es gibt fast niemanden, der vier Stunden schläft und halbwegs zufrieden mit seinem Leben ist. Die Arbeit oder auch ein Hobby, eine Leidenschaft, wie wichtig sind die? Arbeitslos zu werden ist ein absolutes Desaster. Für Männer doppelt so schlimm wie für Frauen. Weil die sich mehr definieren über den Job. Ich messe es ja nur, aber das ist zumindest eine gute, also es erscheint plausibel, das ist eine gute Möglichkeit. Frauen stehen vielleicht mehr Rollen offen, sozusagen. Genau, arbeitslos werden ist ganz, ganz schlimm. Rente oder wenn sie kündigen, weil sie selber keine Lust mehr haben, ist aber zum Beispiel gar nicht so desaströs. Und so ein Hobby, wo man sagt, also der braucht oder man braucht sowas, ob es jetzt Gärtnern oder Fahrradfahren ist, irgendwas, was einem Sinn macht. Das kann ich nicht messen, weil es, glaube ich, nicht in dieser Söp-Umfrage abgefragt wird. Haben Sie ein Hobby oder töpfern Sie gerne oder sowas. Also das muss ich ja auch sagen, wenn ich was nicht mit den Daten begründen kann. Jetzt, wo Sie das alles wissen, haben Sie so eine Formel, wo Sie sagen, also wenn Sie das erfüllen, das machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein, wenn nicht ein glücklicher, dann doch ein sehr zufriedener Mensch sind? Genau, also ich wollte bewusst keinen Ratgeber schreiben, weil ich kann ja Korrelationen, Zusammenhänge bemerken. Aber wenn ich jetzt sage, Leute, die einen Balkon haben, sind zufriedener als vorher, weiß ich ja nicht, ob Sie zufriedener werden, wenn Sie jetzt einen Balkon haben. Um das wissenschaftlich richtig zu machen, müsste ich 50 Leuten einen Balkon verpassen, den anderen nicht und dann gucken, was passiert. Und das geht natürlich nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo es ganz gut erforscht ist. Und das ist zum Beispiel, es gibt kaum Menschen, die einsam, aber zufrieden sind. Und dann wurden Menschen gefragt, gebeten, probieren Sie zufriedener zu werden. Und die sollten gleichzeitig auf einen Zettel aufschreiben, wie sie das probieren. Und bei den Leuten, die probiert haben, das über Strategien zu machen, die mit anderen Leuten zu tun haben, ich will mich mehr um meine Mutter kümmern, ich will mich ehrenamtlich engagieren, da hat es geklappt. Und bei Leuten, die es gemacht haben, indem sie probiert haben, sich selber zu verändern, ich will aufhören zu rauchen, ich will mehr Sport machen, da gab es zwei Jahre später keinen Effekt. Ach, das finde ich interessant, dass also diese Selbstoptimierung, nach der wir alle so streben, gar nicht so einen Effekt hat, wie sich kümmern, in Gemeinschaft und in Kommunikation zu kommen, in Korrelation zu kommen. Genau, und da kann ich es mit relativ gutem Gewissen auch als Empfehlung geben, weil es nicht nur den statistischen Zusammenhang gibt, sondern eben auch erforscht wurde, fast als Experiment sozusagen. Also sozialer Kontakt tut fast allen gut, aber auch interessant, nicht, also mehr als fünf enge Freunde braucht man nicht. Sie merken, mit jedem zusätzlichen Freund steigt die Zufriedenheit und ab fünf ist es dann egal. Ja, dann steigt ja schon wieder der Stress, weil man nicht alle unter einen Hut klickt und sich für alle Zeit hat und dann schlechtes Gewissen einplagt. Ja, das ist ein Anthropologen, ich glaube Christopher Dunbar und der sagt, bei mehr als fünf haben sie einfach keine Zeit mehr für mehr Leute. Ja, schon mal sehr spannend. Also nicht nur zufrieden, sondern glücklich, Happiness, darum dreht sich derzeit auch alles im Deutschen Hygienemuseum. Ich weiß nicht, ob es schon da war, eine interessante Ausstellung, wo sich Jan Rimpel auf die Spurensuche nach dem Glück gemacht hat. Wir tanzen ab, weil Tanzen glücklich und zufrieden macht. Wir tanzen nicht irgendwo, sondern hier in diesem kleinen Raum. Der kleine Raum ist der Beginn einer Ausstellung in diesem großen Haus. Im Deutschen Hygienemuseum in Dresden läuft die Ausstellung Hello Happiness, die was mit den Besuchern macht. Er kommt oder sie oder es kommt neugierig rein und ganz gespannt und geht zufrieden und glücklich wieder raus. Wer hierher kommt, ist dem Glück auf der Spur. Die Ausstellung sucht nach Wegen zu mehr Zufriedenheit für alle, ganz egal ob Frau oder Mann, ob zu Hause tätig oder big im Business. Wie entstehen positive Emotionen, gerade in Zeiten von Krieg und Klimawandel? Ein einfaches Kompliment zum Beispiel kann schon zufriedener machen. Dafür gibt es hier eine Komplimente-Maschine. Das machen wir auch mal. Ich finde, Sie sind eine außerordentlich sympathische Frau. Danke. Oh, vielen Dank. Sie sind ein sehr gut aussehender Herr. Danke. Du bist ein sehr sympathisches Mädchen. Dankeschön. Was macht so ein Kompliment mit dir? Ich finde, es stärkt einen mit dem Selbstbewusstsein sehr. Ja, man hört es ja selten, also man freut sich besonders. Ich habe gerade gespürt, dass ich zu lächeln beginne. Das schmeichelt das älter Beeren. Ich denke, es hilft einem auch im Alltag, wenn man vielleicht schlecht gelaunt war oder so und dann so ein schönes Kompliment bekommt und dann direkt so vielleicht einfach besser gelaunt ist. Etwas gemeinsam machen. Gemeinschaft macht zufrieden. Und vieles geht sowieso nur oder viel besser Hand in Hand. Der Mensch braucht andere Menschen, um wirklich zufrieden zu sein. Voraussetzung fürs Glück lernen wir in der Ausstellung, sind aber auch Toleranz und Freiheit, inklusive der Freiheit, für die Freiheit eintreten zu dürfen, zu protestieren. Protest kann Hoffnung bringen und kann auch Menschen sich empowert fühlen lassen und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil, um auch Zufriedenheit zu erfahren. Es gibt auch eine richtige Glücksindustrie. Ob die Produkte wirklich helfen? Naja, anderes macht nachweislich zufriedener. Wandern zum Beispiel, sich im Grünen zu bewegen. Dass Schadenfreude die schönste Freude ist und also auch irgendwie Zufriedenheit auslöst, klar. Und wir lernen Methoden zum glücklicher werden kennen, wie Lach-Yoga. Bewegt den Arm wie einen Scheibenwischer. Und lacht in dem Tempo, wie ihr euren Arm bewegt. Diese Ausstellung hier, was machen Sie denn, wenn Sie rauskommen, anders als vorher? Ich denke, noch einmal bewusster darüber nach. Schöne Rituale entwickeln. Vielleicht ein bisschen bewusster Dinge sehen, die eben Spaß machen, die vielleicht auch bei anderen Leuten Freude hervorrufen. Ich bin ein bisschen glücklicher, um Sachen zu sein und mehr Sachen zu schätzen. Und was ist das jetzt noch? Hier lernen wir, wie wichtig es fürs Zufriedensein ist, auch einfach mal einfach zu relaxen. Also dann... Nee, also hier kommt jetzt nichts mehr. Wir relaxen. Zurück ins Studio. Zu Hause können Sie auch noch ein bisschen relaxen. Wir arbeiten, aber das fand ich schön mit dem Ha-Ha-Ha-Ha-Ha. Was halten Sie von solchen Glücksmethoden? Also man muss erst mal sagen, man kann da nur begrenzt was dran ändern. Ein bisschen vereinfacht gesagt, ein Drittel unserer Zufriedenheit ist einfach genetisch festgelegt. Das zeigen Studien mit Ein-Eigen im Vergleich zu Zweieigen-Zwillingen. Ein Drittel hängt von unseren langfristigen Entscheidungen ab. Haben Sie einen beruflichen Weg eingeschlagen, der zu dem passt, was Sie interessiert? Und ein Drittel von kurzfristigen Entscheidungen. Das heißt aber auch, da jetzt zu sagen, ich habe eine 3 von 10 und jetzt will ich aber mein Leben lang bei 8 landen. Das wird höchstwahrscheinlich. Ich wünsche es Leuten, aber das würde mich wundern, wenn das funktioniert. Also ist es so ein bisschen eigentlich passiert oder passiert nicht? Also so richtig viel Glücksmethoden und so glauben Sie nicht, dass die was helfen oder nutzen? Ja, es gibt die sogenannte Setpoint-Theorie. Und die geht so, Sie haben einen Setpoint, einen typischen Punkt an Zufriedenheit. Und es ist fast egal, was Ihnen passiert, Sie gehen fast immer darauf zurück. Ich gebe Ihnen mal ein ganz krasses Beispiel. Ihr Kind stirbt. Eine der schlimmsten Sachen, die Ihnen passieren kann. Genauso, Sie scheiden sich, Sie bekommen eine Behinderung. 2, 3 Jahre später geht es Ihnen fast haargenau so wie vorher. Und das ist schön bei furchtbaren Sachen. Das führt ganz drastisch dazu, dass selbst Menschen im KZ oder so sich selten umgebracht haben. Man gewöhnt sich an fast alles, aber das ist auch bei Positivem so. Also von Geld, von einer Gehaltserhöhung verlieren Sie jedes Jahr wieder 40 Prozent, weil Sie sich einfach daran gewöhnen, mehr Geld als vorher zu haben. Und Sie geraten fast immer auf Ihre durchschnittliche normale Lebenszufriedenheit zurück nach einer Weile. Also wir wollen jetzt natürlich das KZ nicht relativieren, aber interessant ist ja schon, dass Sie sagen, dass man immer wieder auf den Punkt zurückkommt, egal, wo man irgendwann mal gelandet ist, man kommt wieder auf einen Punkt zurück, mit dem man leben kann quasi. Genau, also früher hat man gesagt, der Versuch zufriedener zu werden ist so sinnlos wie der Versuch größer zu werden. Sie können zum zweifelhaften Arzt gehen, der Sie ein bisschen in die Länge zieht, aber eigentlich ganz so krass ist es nicht. Zum Beispiel Arbeitslosigkeit macht dauerhaft unzufrieden. Also es gibt schon Faktoren, die dauerhaften Effekt haben. Welchen Einfluss hat eigentlich das Sich-Vergleichen? Wir sprechen ja heute auch bei sozialen Medien immer darüber, dass alles so vergleichbar wird. Jeder denkt immer, Gott, anderen geht es besser als mir. Wenn ich eigentlich so ganz zufrieden bin mit meiner Situation, aber permanent sehen muss, dass anderen es scheinbar noch besser geht, was macht das? Genau, das ist ganz schlecht. Das haben Sie schon geahnt. Also ich habe mal Leute gruppiert anhand, wie sie auf Fragen antworten, ob sie ihre Ziele so definieren, dass wenn sie besser dastehen, andere schlechter dastehen. Ich will mehr Erfolg als andere haben. Oder ob Leute Ziele haben, die, wenn sie gut dastehen, andere nicht schlechter dastehen lassen. Wenn sie sagen, mein Ziel ist, dass ich mich gut mit meiner Familie verstehe, versteht sich ja kein anderer schlechter dadurch. Und die Leute sind zufriedener, die Ziele haben, die nicht Konkurrenz mit anderen bedeuten. Sondern die sie sich selber stecken, ohne Konkurrent zu sein. Ja, man wird dazu wissenschaftlich sagen, die keine Nullsummen-Spiele spielen. Die keine Spiele sind, die, wenn ich sie gewinne, sie verlieren müssen. Sie sehen besser aus als ich oder so, ist ja automatisch mein Verlust, wenn es ihr Gewinn ist. Und die Menschen sind selber zufriedener, wenn sie das nicht machen. Welche Rolle spielt Attraktivität überhaupt, wenn ich mich gut finde? Attraktivität ist ein gigantischer Faktor. Also was ist wichtiger, Geld oder Schönheit? Die Antwort ist statistisch gesehen Schönheit. Also im sozioökonomischen Panel wurde gemessen, wie schön sind die Menschen, geratet durch die Interviewer. Und der Effekt, sehr, sehr schön zu sein, der ist wirklich gigantisch groß. Mehr als sie mit Geld rausholen können. War das eigentlich früher anders? Waren viele von den Punkten, die Sie heute, Sie haben ja vorhin erzählt, dass Sie sehr lange Zeiträume untersuchen. Waren früher die Parameter für Zufriedenheit andere als heute? Fast gar nicht. Also ich habe die Daten einmal in die erste Hälfte der Daten vor 2004 und in die zweite Hälfte der Daten nach 2004 aufgeteilt und getrennt ausgewertet. Und die Ergebnisse sind fast immer dieselben, egal ob ich jetzt oder früher gucke. Trotzdem sagen wir immer, früher war alles besser. Oder haben das Gefühl, es war früher besser. Damit vergleichen wir uns ja mit einer Zeit, die früher eben vergangen ist, nicht mehr wiederholbar ist. Genau. Stimmt dieser Eindruck? Nee. Und der heißt in der Psychologie Rosy View Bias. Also die haben Leute in den Vergnügungspark gesteckt und haben gesagt, wie gefällt es ihnen denn gerade? Und die Leute sagen, ja, so mittel, aber ich habe mir hier irgendwie ein bisschen Fanta auf die Hose gekleckert und die Kinder schreien. Und naja, aber ist ganz okay. Und zwei Wochen später, wenn man dieselben Leute nach dem selben Tag fragt, sagen die, das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Das heißt, wir sehen die Vergangenheit im Rückspiegel immer schöner, als wir sie damals empfunden haben. Darum denken wir auch immer, jetzt ist alles ganz furchtbar und früher war es besser. Stimmt aber nicht. Ja, weil im Moment ist das Krisenempfinden ja enorm. Also wir haben nicht nur eine wirtschaftliche Krise und damit vielleicht auch eine Existenzangst, eine Unsicherheit. Wir haben die Ukraine-Krise, wir haben die Klimakrise, wir haben gerade erst die Corona-Krise hinter uns gebracht. Das heißt, so krisengeschüttelt waren wir ja selten. Und das dachten wir wahrscheinlich schon immer. Also vorher in den 90er Jahren war es der Y2K-Bug. In den 80er Jahren dachten wir, bald gibt es keinen Wald mehr in Deutschland, weil saurer Regen. In den Nullerjahren war es der Terrorismus. Und wenn das dann nicht mehr das Problem ist, vergessen wir einfach, dass das ja letztens das Problem war. Und das ist das ganz Wichtige, weil im Hintergrund, also das sage ich jetzt wirklich messbar, wird fast alles eigentlich besser, was menschenwichtig ist. Und trotzdem wollen ja immer mehr Menschen, dass alles anders wird. Das sind, wenn man jetzt mal auf die AfD-Zahlen schaut, im Moment 22 Prozent werden heute Bundestagswahlen werden. Die sagen, wir wollen alles radikal anders machen. In dieser Republik, in Europa überhaupt. Genau, das ist natürlich schockierend und es ist besonders schockierend, weil die eigentlichen Einstellungen, die wir bemängeln, Sexismus, Rassismus, Homophobie, die gehen messbar zurück. Also es ist nicht so, dass die Leute immer schlimmere Einstellungen bekommen und dann die AfD wählen. Sondern, und das ist die eine Sache, also die Statistiken zeigen eigentlich ziemlich eindeutig, Sorge vor Zuwanderung ist der ganz, ganz starke Faktor, der die AfD-Wahl erklärt oder die AfD-Präferenz. Aber ich bin ganz ehrlich, warum das 22 Prozent sind und es früher nicht waren, da habe ich auch keine supergute Erklärung für. Also das lässt mich auch zweifeln, das ist für mich auch eine offene Frage. Müssen wir auf jeden Fall aufmerksam weiter beobachten. Sie haben ein Buch geschrieben, Wann sind Frauen wirklich zufrieden? Das heißt, Sie haben sich jetzt wirklich auf die Frauen konzentriert in Ihrem Blickwinkel und darüber müssen wir reden, wollen wir auch reden. Aber bevor wir über die Untersuchungsergebnisse sprechen, die ja für viel Wirbel auch gesorgt haben, vor allem unter Frauen, wollen wir junge Mütter zu Wort kommen lassen. Und Lotta Polter ist dafür auf einen Spielplatz gegangen. Fünf Mütter aus Norddeutschland, zufällig ausgewählt auf Spielplätzen und alle in der klassischen Rollenverteilung. Wir sind verheiratet, genau, wir sind beide berufstätig. Ich mache Teilzeit und mein Mann arbeitet den ganzen Tag. Ich arbeite Teilzeit, mein Mann arbeitet Vollzeit. Ja, mein Mann ist berufstätig Vollzeit. Ich bin zu Hause, wir haben gerade noch ein Baby, neun Monate alt. Ich nicht, also ich bin tatsächlich noch in Elternzeit. 32 Stunden, ich mache keine Pause. Von daher geht das so, dass ich bis halb zwei arbeite und um zwei mal die Kinder abholen kann. Das machen wir jetzt so. Und danach darf ich mich verwirklichen. Zuhause in Elternzeit oder Teilzeit zurück im Job? Alle fünf Frauen sind mit ihrem Modell zufrieden, sagen sie. Allerdings erlauben die Gründe dafür auch kaum eine Alternative. Wir haben das tatsächlich lange diskutiert. Dagegen gesprochen hat dieses Gefühl, ins alte Rollenmodell wieder reingedrückt zu werden, das wollte ich nicht. Der Mann verdient besser. Mein Mann arbeitet sehr gerne und sehr viel und kann auch schlecht weniger arbeiten. Ich bleibe zu Hause bei den Kindern. Ich bin aber keine Putzfrau, ich bin keine Köchin. Ich mache das für die Kinder. Für die Kinder gebe ich wirklich immer alles. Aber ich bin nicht zu Hause das Heimchen am Herd. Für mich war das kein Problem, Teilzeit zu arbeiten als Physiotherapeutin. Weil zum Beispiel auch mein Arbeitsweg länger ist und ich kein Homeoffice machen kann. Es ist heutzutage noch, dass der Mann mehr verdient. Und zwar ganze 18 Prozent mehr als die Frau. Warum? Weil Frauen häufig einen geringeren Stundenlohn haben, weil sie seltener arbeiten gehen und das häufig in Teilzeit. Ein Problem für den Arbeitsminister und den Finanzminister. Der eine will die Schuldenbremse einhalten, der andere braucht dringend Fachkräfte. Deshalb stehen Modelle, die Familien finanziell unterstützen, wie die beitragsfreie Familienversicherung, das Elterngeld oder das Ehegattensplitting, in der jetzigen Form zur Diskussion. Alles, um mehr Mütter schneller zurück in den Arbeitsmarkt zu holen. Ich denke, dass es auf jeden Fall wichtig ist, Familien finanziell zu unterstützen. Denn was man ganz klar sehen muss, ist einfach, dass die Zeit, wo man eine Familie hat, wo die Kinder klein sind, das ist die Phase im Leben, wo man eigentlich am wenigsten arbeiten kann, wenn man Zeit für die Familie haben möchte, aber am meisten Geld braucht. Müssen Familien sich einschränken? Also eigentlich nicht, oder? Eigentlich sollte man doch sagen, ja, Familie, wir unterstützen sie auf jeden Fall. Da finde ich es schon richtig, dass man halt genau guckt, wer braucht eine Förderung und wer kommt auch so ganz gut über die Runden, sodass man halt gesellschaftlich mehr einen Ausgleich auch schafft. Es ist schon alles teuer. Von daher finde ich, dass der Staat da auch auf die Mütter oder auf die Eltern zugehen sollte, die gerade nicht so viel haben. Zuerst sollte mal auch geguckt werden, okay, wer kümmert sich denn in den meisten Fällen denn bei Familie? Wer kümmert sich um die Familie? Und das sind immer noch die Frauen. Und Familien müssen unterstützt werden. Und wenn Familien unterstützt werden, werden auch gleichzeitig Frauen unterstützt. Die Bedingungen müssen passen, dass überhaupt Menschen bereit sind, Kinder zu kriegen. Wir wissen, dass es überall Fachkräftemangel gibt. Wir wissen, dass unser Subsidiaritätsprinzip in der Auflösung begriffen ist, weil es nicht mehr haltbar ist, weil es zu wenig Jüngere gibt. Und deswegen ist es wichtig, dass Kinder aufwachsen hier, dass Kinder bekommen werden. Und dafür muss man natürlich was tun als Staat. Zum Beispiel Kita-Plätze schaffen. Denn davon fehlen allein in Norddeutschland 74.000. Ein weiterer Grund, warum viele Mütter nicht so arbeiten können, wie es der Arbeitsminister und sie selbst gern hätten. Ja, und nur Mütter, keine Väter auf unserem Spielplatz. Wenn Sie sich jetzt wundern, das entspricht ziemlich genau dem Bild. 75 Prozent der Teilzeitarbeitenden sind Mütter. Und die, die wir getroffen haben jetzt, muss man ja sagen, waren gar nicht unglücklich mit dem Teilzeitarbeiten und sich um Kinder kümmern. Aber sie vermissen Unterstützung vom Staat. Überrascht Sie das oder trifft sich das so mit dem, was Sie herausgefunden haben? Nein, das ist überhaupt nicht überraschend. Und da könnte man natürlich und sollte man auch ansetzen. Also warum gibt es nicht eine unfassbar gute Kinderbetreuung in Deutschland? Und warum gibt es zum Beispiel nicht Familiensplitting bei der Steuer, statt einmal nur Ehegattensplitting? Was belohnen würde, dass man Kinder hat, statt dass es einfach nur belohnt, dass man einfach heiratet sozusagen? Sie haben in Ihrer Untersuchung sich jetzt wirklich auf die Frauen konzentriert und dann natürlich auch einige befragt, die wahrscheinlich ähnliche Antworten gegeben haben. Warum sind Frauen wirklich zufrieden? Ich muss sagen, als ich das wirklich gelesen habe, habe ich gefragt mich, warum fragt ihr jetzt wirklich zufrieden? Das klingt so wie, die sind doch nie zufrieden. Zum einen, warum dieser Titel und zum anderen, Sie sind ja sehr angeeckt. Warum sind Sie eigentlich damit so angeeckt? Ich fand den Titel blöd, von dem neuen Buch sozusagen. Aber warum bin ich so angeeckt? Also es ist erst mal merkwürdig. Für viele scheint es eine ganz, ganz schlimme Nachricht zu sein, dass es Frauen gut geht. Und das ist ja erst mal komisch. Das ist Ihre Erkenntnis, das haben wir noch gar nicht besprochen. Aber das ist die Erkenntnis oder die Auswertung Ihrer Untersuchung. Also Frauen haben genauso wie Männer diese durchschnittliche Lebenszufriedenheit von 7,4. Aber nicht nur das. Ich glaube, ich habe 36 unterschiedliche Variablen ausgewertet. Wenn man sowas fragt wie, fühlen Sie sich in Ihrem Beruf benachteiligt? Können Sie in Ihrer Partnerschaft machen, was Sie wollen? Dann findet man auch bei diesen ganzen einzelnen Sachen kaum etwas. Man findet zum Beispiel, was Frauen sind mit der Hausarbeit etwas weniger zufrieden. Und sie sind speziell mit ihrem Einkommen weniger zufrieden. Aber mit ihrem Lebensstandard zum Beispiel sogar zufriedener als Männer. Das heißt, es geht messbar Frauen gut. Und wenn Sie sie fragen, warum leben Sie denn so, wie Sie leben, dann ist statistisch der größte Prädiktor das, was Sie selber wollen. Das heißt, Sie wollen oft zu Hause bleiben, Sie wollen oft Teilzeit arbeiten. Oder was meinen Sie genau? Genau. Und jetzt habe ich da, glaube ich, oft so Ärger bekommen, weil ich muss ja die Daten auswerten, wie sie sind. Ich kann ja nicht sagen, das finden viele komisch, das halte ich jetzt geheim. Aber das wird, glaube ich, oft verstanden als, jetzt hat der Martin Schröder gesagt, so soll das auch so sein. Aber ich werte das erst mal aus und sage erst mal nur, Moment mal, anstatt, dass man es mit Diskriminierung erklären kann, kann man es auch einfach mit dem erklären, was die Frauen tatsächlich möchten. Und das ist quasi eine zweite, eine mögliche Erklärung. Also ich sage, wir können uns das Glas auch mal von der anderen Seite angucken, sozusagen. Sie schreiben aber auch, und das fand ich ganz interessant, hier auf dem letzten, auf dem Klang, Frauen geht das viel besser, als wir wahrhaben möchten. Was heißt das denn? Ja. Es gibt so eine Art, ich nenne das illiberalen Feminismus. Illiberalen Feminismus. Ist kompliziert, ne? Ist zu kompliziert. Also nicht liberaler Feminismus. Also wo man sagt, man lässt die Leute nicht so leben, wie sie wollen, sondern man sagt, das ist aber nicht richtig so. Und das ist was, was ich immer wieder gemerkt habe, wenn man auswertet, Frauen selber sagen, die sind ganz zufrieden, dass die Antwort ist, das kann aber gar nicht sein, dass die zufrieden sind. Die müssen unzufrieden sein, weil wir wissen ganz genau, wie die arbeiten sollen. Und das ist dann ganz oft, das muss Vollzeit sein und so weiter. Und jetzt kann ich ja nicht sagen, das ist falsch, ich weiß ja auch nicht besser. Aber es ist halt auf jeden Fall illiberal, weil man eben nicht sagt, naja, dann sollen die Leute selber mal überlegen, mit welchem Leben sie zufrieden sind. Und solange sie damit zufrieden sind, ist es okay. Sondern man sagt, wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie ihr leben solltet. Es kann es sein, dass es vielleicht einfach eine Diskrepanz gibt zwischen dem systemischen und dem persönlichen Empfinden, auch im Feminismus. Also systemisch ist es natürlich nicht in Ordnung, dass Frauen weniger verdienen. Es ist nicht in Ordnung, dass Frauen, die sich jetzt um die Kinder kümmern und später auch um ihre kranken Eltern, denn auch die Pflege übernehmen ja meistens die Frauen, dass sie, wenn dann der Mann sie verlässt, sie leider in der Altersarmut landen, weil sie nicht für den Erwerb in der aktiven Zeit praktisch verdient haben. Das heißt, das ist systemisch ja alles nicht in Ordnung. Es kann aber ja trotzdem sein, dass sie mich jetzt, wenn ich jetzt gerade gefragt werde, eigentlich ganz happy bin, mich um die Kinder kümmern, weil ich ja nicht weiß, was vielleicht in 20 Jahren ist und was mich dann erwartet. Absolut. Ist es so zu verstehen? Also ich sag's mal so, bei den wirklich wichtigen Fragen bin ich zufrieden und auch langfristig zufrieden. Da braucht man Gleichstellung und nicht Gleichberechtigung sozusagen. Wie machen Sie da den Unterschied zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung? Das ist genau mein Punkt. Also ich bin für Gleichberechtigung, aber... Also Gleichberechtigung, gleiche Chancen oder was... Jeder soll dieselbe Möglichkeit haben, sich zu verwirklichen, das Leben leben zu können, dass er oder sie leben möchte. Aber Gleichstellung ist insofern problematisch, als dass, wenn Männer und Frauen was Unterschiedliches wollen, dann wird es schwierig, wenn das Ziel ist, dass sie aber am Ende das Gleiche machen müssen. Und da gibt es was Interessantes, das heißt Gender Equality Paradox. Umso mehr Gleichberechtigung es in einem Land gibt, umso unterschiedlicher werden Männer und Frauen in ihren Charaktereigenschaften und auch in ihren Ausbildungen. Also am gleichesten sind die Ausbildungen von Männern und Frauen in den Ländern mit der wenigsten Gleichberechtigung, wo Frauen technische Fächer studieren. Das ist vor allem in Türkei, Algerien, Vereinigte Arabische Emirate. Und die Fächer, wo Frauen am öftesten Frauenfächer studieren, das sind Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Und das ist natürlich schon komisch, weil wenn man sagt, die machen das alles nur, weil denen redet man was Böses ein, dann ist ja schon komisch, dann wären sozusagen die schwedischen, die skandinavischen Länder die Schlimmsten. Und die, die da was einreden, meinen Sie, das sind die Feministen? Das ist eben die gute Frage. Also was ich ja erstmal nur bemerke, ist, umso mehr Freiheit Männer und Frauen haben, umso unterschiedlicher entwickelt sich ihr Leben. Und mein Argument ist, dann lass die doch mal machen. Aber sie haben recht. Es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, wir müssen jetzt alle nur noch 32 Stunden arbeiten. Oder wenn die Männer nicht die Elternzeit nehmen, dann dürfen die Frauen nur noch die Hälfte der Elternzeit nehmen. Ja, aber was macht man, wenn die Frauen oft die zwölf Monate nehmen wollen? Würde ich sagen, dann macht die Elternzeit einfach länger sozusagen. Oder was macht man, wenn die Männer die zwölf Monate nehmen sollen, weil sie einfach sich beteiligen sollen? Interessant ist ja, dass bei den Paaren fast alle Paare vor der Ehe sagen, wir teilen das natürlich auf. Natürlich kümmerst nicht nur du dich um die Kinder und um den Haus. Natürlich machen wir das zusammen. Aber die Realität sieht nachher eben anders aus. Also die meiste Care-Arbeit machen die Frauen, das bleibt an den Frauen hängen, die verantwortlich sich auch fühlen, während die Männer zwar sonntags Brötchen holen, aber sich dann oft während der Woche nicht so wirklich engagieren. Genau. Und ich weiß, das ist eine kontroverse Sicht, die ich dazu habe. Aber mein Argument wäre, wenn die Leute selber sagen, das ist das, was sie wollen, dann kann man schon darüber reden, dass man besonders Mütter trotzdem entlasten müsste, übrigens vor allem natürlich Alleinerziehende. Absolut. Aber ich finde es schon schwierig zu sagen, ihr wollt das zwar, wir wissen aber besser, welches Leben richtig für euch ist, sozusagen. Haben Sie sich eigentlich gewundert, dass Sie so Gegenwind bekommen haben für Ihr Buch, für Ihre Thesen? Und würden Sie es heute nochmal so schreiben? Also ich bin erstmal mit populärwissenschaftlichen Büchern durch, weil was ich ein bisschen schade fand, es gibt Leute, die sagen, wir finden das doof, obwohl wir uns gar nicht so richtig mit dem wirklichen Argument beschäftigt haben. Und es gibt auch Leute, die stimmen einem einfach zu, weil die wollten das schon immer mal hören. Aber dass jemand sagt, Mensch, da werden 190 Studien verarbeitet und die neuere Literatur und dann habe ich vielleicht danach eine andere Meinung als vorher, das ist zumindest nicht das, was so öffentlich die lauten Stimmen sind. Und das finde ich ein bisschen schade, weil naiverweise schreibt man ja als Wissenschaftler dafür ein Buch, dass man denkt, Mensch, ich habe hier neue Daten, neue Fakten, neue Studien und vielleicht wisst ihr es dann besser als vorher oder seht es anders als vorher. Aber die Erhebung der Daten ist das eine und natürlich die Interpretation das andere. Weshalb vielleicht da auch jetzt das Gefühl ist, dass Sie da eine These vertreten, die natürlich nicht von allen so gesehen werden kann. Klar, und das ist ja auch gut so. Genau, ist auf jeden Fall ein guter Impuls. Gleichstellung und Gleichberechtigung sind nicht selbstverständlich, haben wir auch gerade darüber gesprochen. Und auch deshalb gibt es offizielle Gleichstellungsbeauftragte. Und die erste bundesweit kam 1979 in Hamburg ins Amt. Und wie war die Situation damals eigentlich für die Frauen und was ist seitdem passiert, die an den Zwengen erinnert. Die Hausfrauen-Ehe war ganz normal. Der Mann durfte seiner Frau verbieten, berufstätig zu sein. Erst seit 1977 dürfen Ehefrauen selbst über ihr Leben bestimmen. Im Dezember 1979 setzt der Hamburger Senat die erste Gleichstellungsbeauftragte Deutschlands ein, Eva Rühmkopf. Sie soll dafür sorgen, dass Frauen im öffentlichen Dienst nicht länger benachteiligt werden. Sie nutzt ihren Einfluss im Senat, um auch die soziale Situation der Bürgerinnen zu verbessern. 1985 hat sie schon eine Menge erreicht. Zum Beispiel ist Hamburg das Bundesland, das vier Frauenhäuser finanziell absichert. Das einzige Bundesland nach wie vor. Nach wie vor ist Hamburg das erste Bundesland gewesen, das anerkannt hat, dass im öffentlichen Dienst aktive Maßnahmen notwendig sind, um Frauen bei gleicher Qualifikation, die sie haben, gleiche Berufschancen zu geben, also durch einen Frauenförderplan. Ich denke, ich lasse es da mal. Wir waren die ersten, wo Frauen in der Polizei gleichberechtigt beschäftigt wurden. Also es gibt ein ganzes Spektrum. Arbeit und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bekommen, ist für Frauen damals wie heute schwer. Besonders für Alleinerziehende mit Kleinkindern. Sie sind in einem Teufelskreis gefangen. Ohne Arbeit keinen Kitaplatz, ohne Kitaplatz keine Arbeit. In den 80ern sind die Wartelisten der Kindergärten extrem lang. Das heißt Endstation Sozialamt, Leben in Armut. Darin kann auch die Gleichstellungsbeauftragte nichts ändern. 1986 tritt Antonia Wigbers in Niedersachsen ihr Amt an, als Landesfrauenbeauftragte. Sie wirbt für Chancengleichheit auch in traditionellen Männerberufen. Leerstillen sind damals knapp. Die meisten Betriebe ziehen männliche Bewerber vor. Als Begründung für die Ablehnung von Frauen wird aus der Sicht der Betriebe vielfach das sogenannte Schwangerschaftsrisiko genannt. Auf der Kundgebung für katholische Frauen im Wese-Ems-Gebiet geht es um die Altersversorgung der Landfrauen, um Anerkennung sowohl für ihre Mitarbeit im Betrieb als auch für die Pflege der Senioren auf dem Alten Teil. Dass sie was tun kann, das weiß ich nicht, ob sie in Hannover was für uns tun kann, für unsere Landleute und Landfrauen hier und für die Verhältnisse. Das kann ich nicht bestimmen. Aber sie kann es ja weiterleiten. Es muss da was gemacht werden. In der DDR gelten Frauen lange als gleichberechtigter als im Westen. Dass sie einen Beruf ausüben, ist selbstverständlich, genauso wie die Kinderbetreuung im Hort. Nach der Wiedervereinigung verliert mehr als die Hälfte der Frauen in Mecklenburg-Vorpommern sowohl ihren Arbeitsplatz als auch die Kinderbetreuungsmöglichkeit. Elke Quandt, heute die dienstälteste Gleichstellungsbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern, kommt schon 1990 in ihr neu geschaffenes Amt in Wolgast. Da brennt ihr eine Sache bald besonders unter den Nägeln. Gewalt gegen Frauen. Zu DDR-Zeiten ein Tabuthema. Ich zumindestens habe erst, nachdem ich als Gleichstellungsbeauftragte tätig wurde, erst mal gemerkt, dass es ein Riesenthema war, auch zu DDR-Zeiten. Und aus Angst und Scham haben sie natürlich kaum darüber gesprochen. Aber im Gegensatz zu unseren Schwestern aus den alten Bundesländern waren unsere Frauen ja wirtschaftlich unabhängig. Das heißt, Frauen haben das nicht lange mit sich machen lassen. In ihrer Forderung nach Gleichberechtigung sind die Frauen aus Ost und West schnell vereint. Ihre Probleme von damals sind längst nicht alle gelöst. Für die Gleichstellungsbeauftragten gibt es überall noch viel zu tun. In der Tat gibt es noch viel zu tun. Laut UNO-Frauenrechtskommission ist die Gleichstellung von Männern und Frauen erst in 300 Jahren erreicht. Wahnsinn, oder? Wie gesagt, wenn man als Gleichstellungsziel hat, die müssen dasselbe machen, dann habe ich Zweifel, dass es jemals keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt, weil die Interessen sich ja unterscheiden auch. Sie haben ja schon gesagt, dass Männer und Frauen ähnlich zufrieden sind. Was macht die Männer eigentlich zufrieden? Wir haben jetzt so viel über Frauen geredet. Genau. Also erstmal muss man sagen, es ist ja nicht so, dass Männer jetzt bitte die nächste Opfergruppe sein sollen. Sondern die haben ja dieselbe Lebenszufriedenheit von 7,4 wie die Frauen. Es gibt einen komischen Zusammenhang. Mütter werden nicht zufriedener, wenn sie länger arbeiten, Väter aber schon. Und bei kinderlosen Männern und Frauen ist der Unterschied gar nicht so groß. Und Frauen werden auch zufriedener, wenn ihre Männer länger arbeiten. Ja, merkwürdigerweise schon, genau. Das finde ich gar nicht so merkwürdig. Das heißt ja auch, happy wife, happy life. Wie wichtig ist es für die Männer, dass die Frauen zufrieden sind, ihre Frauen zufrieden sind? Also für beide Männer und Frauen überträgt sich ungefähr 30 Prozent der Zufriedenheit ihres Partners auf ihre eigene. Das heißt, machen sie ihren Partner, ihre Partnerin zufrieden und sie haben auch selber was davon. Aber was weiß, glaube ich, jeder, der schon eine längere Ehe hat. Sie haben mich auf jeden Fall sehr zufrieden, um mich zu sagen glücklich gemacht heute, Herr Schröder. Vielen Dank, war sehr spannend. Und morgen kommt Tugba Tikal, ehemalige Profi-Fußballspielerin, Menschenrechtsaktivistin und Sozialunternehmerin. Freuen wir uns sehr darauf, auch mit ihr über vielleicht auch dieses Thema zu sprechen. Für Sie geht es jetzt weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss, danke Ihnen. Ja, das war das.